So, herz-lich Willkommen mit Äh zu Trackmania. Guter Anfang. Genau. Ähm... Herzlich wie Hartz-4. Also wollen wir hier mal wieder Zeit fahren? Ja? Stadium mit Grün? Ich... Jawoll, genau, Zeit fahren. Ich weiß schon den Titelüberschrift. Herzlich mit dem Äh. Wie Hartz-4. Was? Nein! So? Was? Weggeharzt. Ich brauch nichts hier von... So, hättest du mal vorher zugehört, ne? Ich hör nie zu. Ja, siehst du mal. Hättest du mal. Hättest du mal. Hättest du mal. Hätte, hätte. Sind die schwer? Hey, wieso hab ich jetzt so viel Geschmlichkeit verloren? Hallo, es ist grün. Weil du kacke bist. Grün ist so mittel. Das ist die zweite. Ja, mittel. Mittelleicht! Ja. Juhu! 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 So, so ist die Strecke. Ah, davon ist das Ziel. Alles klar. Also nicht sonderlich schwierige Elemente drin. Schlecht ausgeschmückt ist sie auch. Scheiße. Bist du? Bäh... Alter! Alter! Was? Ich bastel n' da so rum. Tony! Wer sonst? Ein Espresso! Warte! 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 Schleichwerbung übrigens! Was bitte? Was für eine Schleichwerbung? Espresso! Ein Erpresso! Ich freut ja Versprecher! Ha! Wenn ihr so weitergeht, bleib ich erster! Ich muss noch mal meine Zeit im E-E-E-Z mal verbessern! Oh, jetzt hab ich schon gekackt! Oh, jetzt hab ich schon gekackt! Echt? Echt? Ja! Ist ja der Wahnsinn! Ha-ha! 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 Ja! Ne, dass Tony halt vor dir ist. Das meinte ich halt. Ha-ha! Das tun ich nicht vor dir. Doch! Scheiße! Ich hab grad verkackt und... NEIN! Jetzt hab ich's verkackt! Ich hab 65 Hundertstel vor! Ja, der Wahnsinn! Ihr Wahnsinn! Am Anfang find ich schon die Kurve ziemlich schwer da innen zu bleiben! Ne! Und dass man rutscht! Aber danach wird's so kritisch! Critical! Voll hängen geblieben! Ah! Oh, jetzt! Yeah! Ah, kommt das so blöd auf! Erste Kurve ist so kleine Kunst! Gibst du eigentlich in der ersten Kurve ein bisschen von Gas? Nein, kein bisschen! Doch, ich bin überall voll Gas! Nein! Voll Gas, ja! Nein! Ohne Scheiße! Außer hier, jetzt hausend voll! Ja, in der ersten Kurve verlierst du dadurch aber Zeit! Ich find, das nach dem zweiten Checkpoint, wo du runterspringst und dann die Kurve rein, das find ich schwierig! Weil dann musst du wirklich springen! Äh, bremsen! Ja! Fuck! Was? 1100 Lachs! Das geht noch nichts, aber... Dann truppeln sie so rum! Ja, ne, weil du die Kurve nicht kriegst! Was wird denn das jetzt, wenn's fertig ist? Laps Chaos! Was?! Ich bin gegen die... gegen die Brücke gesprungen! Fuck, 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 jetzt hab ich Zeit! Das musst du auch erstmal schaffen! Weißt du, welche Brücke ich meine, oder? Nein, nein, gar nichts. Die jetzt! Na, noch nicht! Ja doch, die jetzt, Tony! Ja, ich weiß gleich, ja! Fuck, jetzt hab ich... Das musst du auch erstmal schaffen! Ah! Hab ich nicht mehr... Das ist mir ne richtig geile Zeit geworden! Oh, das sieht gut aus! Ja, gut, hab ich geworden! Irgendwie hab ich's jetzt verkackt! Jaaaa! Du Wichser! So ein Wichser! Du Wichser! Ich hätt's sogar noch leicht geschafft! Die Zeit, die du hattest! So schaut's aus! Ich bin gegen das scheiß Ziel gesprungen! Weil die 200. waren leicht drin! Unschlagbar, der Typ! Ja! Durchgehend war auf dem ersten Platz! Schon wieder so ne Art Strecke? Ja, ich weiß, schon wieder so ne Art Strecke! Ist nicht nur ne Art, ist es nicht... Der Vorteil ist, weil der Stadium zieht man sofort, wo es lang geht! Weil die da keine so vielen Hügel eingebaut haben! Obwohl, ich weiß gar nicht, ob man da Hügel eingebaut hat! Die wird lustig! Aber wir sind selten eingebaut! Einwandfrei! Wenn man da durchfliegt, ja! Ja! Witzender lang! Scheiße, scharfe Linkskurve! Linkskurve, ja sicher! Was ist denn Dicks bei dir, du Affe? Was machst du denn da? Was machst du denn da? Hehehe! BASST! Warte, ich roll noch ins Ziel! Lass mich mal! Warte! Schau hin! Ja, Toni, also ich würd die Zeit lieber verwenden, um Zeit mitzufolgen! Einwandfrei nicht reingekommen! Scheiße! Toll, bin ich schon schlechter als vorher! Noooo! Du hast des geschockt! Ja, scheiße! Nein! Nein! Ich heisse, ist das, weil man nur so einen Millimeter zu... weit außen ist und dann... Ja. Was ist denn des? Hehehe! Oh, es ist Dating! Roller! Es ist Roller! True Motion! Achso! Gar nicht gewusst! Oh, was war das denn?! Ein Fehler! Ah! War zu schnell gewesen! In den letzten Körper muss man anscheinend außen fahren, dann springt man nicht! Aber leider rutschen wir zu weit raus! Hehehe! Mann! Oh, was war das denn?! Wie kommt der denn jetzt auf? Ciao! Ne, nicht! Wieso fährst du eigentlich in den Franzosenwagen? Bist du behindert? Genau! Was jetzt? Mann! Seppi! Was? Ich hab auf mein Auto geschaut! Ja! Vielleicht war ich Franzosen, du Aff! Was dann? Großbritannien! Ja, warum fährst du in Großbritannien?! Ja! Kann er so halt! Pfff! Finde ich krass! Ist nicht scheiße, es ist... Fahrt immer zu verrat! Hab ich mal ne Zeit aufstellen, ne? So! So geht das! Hupen kann ich auch! Wer ist denn hinter mir? Toni, oder? Ich bin vor dir nur! Du bist hinter mir auf dem hier! Hallo, Zeit rennen! Wird doch nischt! Also du kannst dich doch denken, was gemeint ist! Ha! Au, nicht schaff's! Woow! Eine Sekunde besser als den Toni! Nee, du bist ziemlich scheiße! Aul halt! Ah, jetzt hat er Zeit verloren! Hehehe! Ähm... Was hab ich denn jetzt so viel Zeit verloren? Alter! Alter, wir müssen so schnell! Wenn man eigentlich außerhalb im Dreck fährt, ist man doch langsam oder nicht? Ich glaub schon! Weiß ich mal, ich bin grad ne Zeit lang außen gefahren, aber das hat mir nichts gekostet! Ah! Einhundert zu langsam, scheiße! Nein! Vielleicht schaff ich's noch! Nein, du musst nicht! Was? Man muss nur schnell fahren! Schon Zeit verloren! Okay, außerhalb der Ding ist nur langsam, schon mal! Schaut so aus! Ah, jetzt weiß ich nicht, wo du so schweig bist! Wie war ich denn da? Ja! Ich hab die scheiß Großbritannia gewöhnt! Besiegt! Was sieht doch kacke aus mit den deutschen Fahrern! Besiegt! 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 Deswegen ist es besser als Großbritannia! So schaut's aus! Schönere Fahrer! Ja, gut, kann ich ihn leider schlecht machen! Was, nun? Und so! Ja, was? Ah, jetzt fahren wir endlich mal auf den Dreck! Schauen wir mal! Äh, nicht nur auf den Dreck! Mal weg, ich seh nix! Wir sind mal schon mal gefahren, glaub ich! Äh! Ich dachte, wir sind mal nicht gefahren! Irgendwann da früher! Ja, äh! Aber nicht aufgenommen! Ja, wir haben ja nicht gefahren! Wir haben ja ein bisschen mehr aufgenommen! Die find ich extrem geil bis jetzt! Ja! Ist hier hoch! Ja, richtig! Dann mal verkackt, was?! Einwandfrei! Bui! Joa, ich bin als letzte losgefahren und hab den ersten Platz gemacht! Geiler! Ja, gut, ich hab einmal zurückgesetzt! Wir haben richtig enge Zeiten gehabt! Naja! Feilt sie nix! Naja! Ja, bis auf Samuel! Ich bin als letzte losgefahren, ja! 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 Was machen wir jetzt? Ja! Hier fährt man ganz schön schnell hier! Ja! OOOOAAA! Jetzt bin ich dann da... Genau gerade so an die Wand rangekommen! Dass ich bremst! Also jetzt muss ich schonmal hier ne bessere Zeit fahren! Ja! Ich geb aber ja wohl drauf! Achso! Ist das so! Ich würde da so etwas gleich bremsen. Oh Scheiße! Ja! Dementsprechend war ich einfach in der Kappe weg. Ja, und im zweiten Platz. Genau. Oh, ganz schön knapp! Ach, boah! Das ist auch nur, weil ich den letzten Pro-Fuck hatte. Mann! Was denn? Das ist kacke. Also? Ah, fuck ey! Denk früher, ne. Das ist ein richtig unnötiger Fehler, einfach. Willst du? Ja, Mann. Sehr krank. Also, wo ich es bei mir noch habe, ist mein letzter Sprung ins Ziel, weil ich glaube, man kann es sogar schaffen. Weißt du... Was? Äh, man kann es sogar schaffen, meine ich, dass man ins Ziel reinspringt. Fuck! Nee, nee, nicht. So weit springst du nicht. Doch, doch. Ah, ah, nein. So weit nicht. So nicht, mein Freund! Nee! Mindestens, Mann, mindestens! Ja, wirklich nicht. Ach, leck mich doch mal. Oh, jetzt hat es kurz gerückt. Achso, das war ich. Zurück gesetzt. Ja, das bin ich. Oh, irgendwie ist mir ganz schön knapp hinten dran. In seiner Zeit. Oh! Fast ins Ziel reinspringt. Wäre sogar wirklich fast möglich. Das sag ich doch. Aber verkehrt, schaff ich's nicht mehr, oder? Ah, doch. Das geht. Oh, na geht nur. Ihr bremst schon auch in der letzten Woche. Ja, muss ich. Nein, musst du nicht. WOLSKE! Ich hab dich erwischt, musst du's nicht. Das gibt's doch gar nicht! Doch! Ja, WOLSKE! Verdammt! Ja, nochmal. 24 Minuten sind besser. Ja, auch ist er. Nein, hängen geblieben! Toll. Wär so schön geworden. Spitz ab. Geilo! Bin ich geil! Aber wir sind nahe dran, alle Zeiten. Ja, also... Nein! Na ja, Toni, also... Neun... Zehntel ist jetzt... Nicht mal ne Sekunde schlechter. Ja, aber nein, Zehntel ist jetzt nicht so... Nicht mal ne Sekunde. Mindestens! Äh, die dritte... vierte Strecke. Schau ihn an. Ah, du wolltest schon wieder, du wolltest schon wieder. Ne, ne, ne. Äh... Ah, ja, 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 klar. Da kann man... Ah, ja, ja, natürlich, natürlich. Da braucht man gar nicht lenzen, glaub ich. Ne. Ich schau mir die Strecke... Uuuuuh! Ah, ja, natürlich. Ich schau mir die Strecke immer oft, ähm... Von oben noch... An. Sie sind geschummelt. Wieso? Weil... Die Möglichkeit ist da, also... Und da ist auch... Uuuuh! 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 Das würd ich so nicht sagen. Das würd ich so nicht sagen. Bumm! Naja, theoretisch brauchst du das nicht, ne. Toli vergackt gleich mal. Nimm mal angeeckt! Ecksteinchen! Eckstein, Eckstein! Alles muss versteckt sein! Ne, 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 ne! Scheiße hier! Ja. Was ist das für eine Mickey Mouse-Scheiße hier? Was? Hat die Ohren? Pfffff... Oh, yeah! Rrrrrr, mit Vollgas! Wups! Muss man schon bremsen. Ich hab nicht einmal gebremst! Wenn einfach nur... Ja, aber dann eckt man halt am Ende an, aber es wüsste nix. Nein! Ja, schon, aber Lenkung und Vollgas einfach. Das war so witzig. Musst am Ende echt komplett durchziehen. Ja, so geil. Schon heftig. Schon heftig. Schon heavy! Nicht mehr aufhören zu lenken. Ja. Jetzt zum Beispiel... AAH! Sicher! Jetzt zum Beispiel... AAH! Rausgeflogen! Ja, aber es ist schon schneller, wenn man dann einen Ticken runtergefunden hat. Ja, Mann. Stimmt, man darf nicht fliegen lenken! Ja, Mann, ist doch klar, Mann! Was? Ist das... Vollgas? Ja. Klar, Mann. Jetzt darf ich nicht fliegen. Dieser Turb ist einfach so hart, ohne Ticken nach oben. Oh, nein! Nein! Vollhängen geblieben! Nein! Tasten fester drücken, damit geht's besser, ne? Nein! Den Topic. Schaff's nicht. Ha, 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 ich bin einmal angeht sogar. Ich auch. Hm, hab mir das tun nicht. Pass mal auf, wie nicht das ist. Ach, da haute wieder eine Zeit raus. Ja, hör. Ja, hör. Das war schlecht. Das tue ich zu. Ja, Mist, Mist, Mist. Immer, immer bei den letzten Puffepacks zu außen kurz an. Und man denkt, ja, ich muss schneller machen, das schaffe ich's nicht. Vor allem auch, dann beim Checkpoint hört man mal kurz aufzudenken, wo man eigentlich durchkommt. Ja, muss man traurig sein. Ja, muss man traurig sein. Nein! Doch. Verdammt! Ich muss halt möglichst spät anecken. Oder am besten, ja, alles schaff's. Ne. Doch, ne 21. Zeit ist drin. Da kann man irgendwo abkürzen. Muss ich mal schauen. Also wo ist ein Checkpoint? Das ist klar. Das ist im Moment, wenn du checkst, dass du zu früh bremst. Ne, man kann hier nicht abkürzen. Ja, Wahnsinn. Ich bin so nah dran. Boah, fast! Haha, wieder erster. Jawoll, da hat er nen Lauf, Mann. Der war schlicht. Wow! Acht. Also mich würde es jetzt ärgern. So, die letzte Strecke. Ja, wir hoffen, jetzt fahren wir wieder auf dem Dreck. Drecksgras. Äh, kein freier Fahrt. Okay. Langweilig. Ich bin für freier Fahrt. Da hab'n Truppenstart hingekriegt. Ihr seid hinter mir. Sicher. Ich bin für's da. Ich bin der Erste. Ja, aber ich... Nur Egoisten hier. Alle sind der Erste. Lappen, verkackt. Ja, das siedelt natürlich. Ja, wie du halt voll rausfährst, weißt du? So, jetzt haben wir die Hälfte so streckt. Wie hieß du Kacke? Früher, aber... Die kenn ich nicht. Die hab' ich nach Deo. Jetzt bis hier. Ach so. Die ist scheiße, die taugt mir überhaupt nicht. Ach, mir auch nicht. Die ist geil. Die ist scheiße. Vor allem, dass so lange Zeit nicht sind. Pfff... 30 oder so. Nein. Der Toni 38. Voll geil, wie man hier drüber fliegt, der über die Spitze. Huiii. Hm? Ja, wie man da über die Spitze drüber fliegt. Ne, die Spitze. Ja. Da, wo du grad warst. Am Anfang. Nach der ersten Kurve. Achso, ich weiß. Man springt zuerst, wenn man erst hochgeht, dann kommt die nächste Huckel und dann springt man wieder. Die Spitze. So fliegt, wie ist das Verbesserungspotenzial. Für jeden. Achso. Mit dir wischt mir nicht mehr den Bartries. 35. 0. 0. 0. 0. Das ist so krass, wie er manchmal einfach so schlecht aufkommt. Ja. So. Nach dem dritten Checkpoint 32... 62... Nein! Oh, zu früh Enter gedrückt. Ist blöd, gell? Ja. Klick. Nein! Hab ich mir auch schon die letzten zwei Male gedacht, oh, wenn ich jetzt einen Ticken früher gedrückt hätte, du... Ja, und ich hab's gemacht. Tja, aber du kackig. Hat's geklappt? Boah. Jetzt pass mal auf Toni. Ok. Mach' ne 34. Kleiner Lutscher! Sehr schön! 34, 4, 4, 5, 6, 6... Gut, zu bübli! Ich kann es verstehen. Ist schön gut. Ich find die Kurve hier vorm Ziel immer so scheiße, die wir uns zu grad aufkriegen. Ne, da gibts ne Behinderte. Behindert-terre-ra. So. Also alles ruhig. Zu höchst. Ah! Kleiner Wichser! Da war die so geschlechter. Ich dachte, die schaffen die nicht. Die nach dem zweiten Checkpoint. Die meine ich. Zweiten Checkpoint? Oh, jetzt war ich nicht so weit hoch. Kurz vor dem dritten, wo es in die Kurve reingeht. Warte, Seppi. Die, pass auf. Die jetzt kommt bei dir. Ja, die nach oben. Die ist so schlimm. Schau, dich hat's auch da. Ja, du musst mal außen fahren. Dich hat's auch da verkackt. Dich hat's auch da verkackt. Du musst mal irgendwie außen fahren. Das weiß ich auch nicht. Welchen? Die, die da grad gefahren bist. Ah ja. Nö, die find ich gut. Die traf ich nicht. Doch. Nein, war nicht. Doch. Doch. Ich fahr'n. Jetzt krieg ich dich, jetzt krieg ich dich, du kleiner Lutscher! Wehe! Nein, da hab ich noch einen Ticken verloren. Ja! Was? So eng! Ich hatte 23 Hundertstel. Ich war 34er locker. Null. Mindestens. Aber da ist doch jetzt eine 35er. Verstehst du? Ah, der ein Ticken zu sehr gehuggelt ist. Achso. Aha. Alles klar, dann sehen wir uns im nächsten Mal wieder. Radios! Tschüss! Tschüss! Tschüss!